Hallo und willkommen auf dem YouTube-Kanal Scientor, dem YouTube-Kanal, wo du lernst, besser Schach zu spielen. In diesem Video werde ich dir die dritte Runde der Mitteldeutschen Mannschaftsmeisterschaft hier vorstellen. Und zwar habe ich hier in der dritten Runde gegen einen Gegner gespielt, den ich schon mal bei der hessischen Mannschaftsmeisterschaft hatte und dort habe ich leider gegen diesen Spieler verloren und ich wollte jetzt natürlich Rache haben, hatte in dieser Runde Schwarz sogar. Mein Gegner hatte hier eine Wertungszahl von über 2000, also ein sehr starker Spieler schon und wir schauen uns mal an, wie diese Partie verlaufen ist. In dieser Runde habe ich meine absolute Lieblingspartie gespielt und woran liegt das? Natürlich, wir haben die Neidorf-Eröffnung aufs Brett bekommen. Ich habe hier Schwarz und wir sehen natürlich erstmal hier den offenen Cicillianer und hier dann die Neidorf-Variante nach A6. Und hier gibt es natürlich viele scharfe Varianten und auch viele taktische Kämpfe, die ich sehr gerne spiele, die hier häufig auch nach Läufer G5 entstehen oder auch nach Läufer E3. Das sind somit die beiden schärfsten und aggressivsten Züge hier gegen die Neidorf-Variante. Aber mein Gegner spielt hier ruhig weiter mit Läufer E2 und jetzt wird der Kampf hier eher positionell. Und natürlich kann man hier auch die Hauptvariante spielen, hier mit E5 weiterspielen, aber das gefällt mir nicht ganz so gut. Das liegt einfach daran, dass hier Weiß häufig einfach leichten, lästigen Vorteil hat, denn er kann hier ab und zu auch mal mit A4 spielen und dann mein Bau auf D6 ist noch rückständig, das Feld auf D5 ist schwach und ich glaube genau so eine Stellung wollte mein Gegner hier haben, wo er einfach leichten, positionellen Vorteil hat und ich hier nicht besonders viel bekomme. Aber ich mache ihm hier einen Strich durch die Rechnung und spiele an dieser Stelle weiter mit G6. Und das mache ich hier ganz gerne, dass ich hier doch in einen Drachenartigen Aufbau übergehe oder Tragerdorf nenne ich das auch ganz gerne, nämlich um aus Drache und Neidorf eben hier mit dem Zug A6. Und das funktioniert hier ganz gut und ja, mein Gegner war von dieser Variante überrascht und hat hier erstmal relativ lange überlegt, was natürlich schon mal gut ist, wenn mein Gegner hier viel Zeit verbraucht. Er hat sich dann hier für Läufe E3 entschieden, ich spiele Läufe G7, F3 und nach F3 ist es meistens eher langsam und hier habe ich mir schon gedacht, okay, falls Weiß jetzt kurz hochieren sollte, habe ich hier als Schwarzer überhaupt keine Probleme und es ist einfach super einfach, diese Stellung zu spielen und ja, das wäre einfach super gewesen hier. Ich spiele jetzt mit B5, will weiterhin auch nochmal flexibel bleiben, will mich noch entscheiden, ob ich die Dame nach C7 oder A5 stelle hier. und natürlich Läufe E3 impliziert auch schon so ein bisschen, dass Weiß vielleicht lang hochieren will, da macht die Dame auf A5 vielleicht auch mal Sinn und genau das zeigt mein Gegner jetzt auch, er spielt hier mit Dame D2, was natürlich die lange Hochhade vorbereitet. Ich dachte mir, okay, ich bin hier bereit für einen Kampf und will hier auch den Kampf suchen, deswegen kurze Hochhade, lange Hochhade. Jetzt geht es hier los und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen hier, einfach deswegen, weil ich meine Bauern jetzt hier schon vorgezogen habe, mit B5 ist ja der Standardvorstoß hier von Schwarz, es droht jetzt auch sofort B4 und die weißen Bauern sind hier alle noch hinten und brauchen noch ein bisschen Zeit, bis sie hier vorziehen. Ich habe jetzt auch sofort mit B4 gespielt, es folgt hier Springer D5, den kann man eigentlich immer ganz gut rausnehmen hier, Springer schlägt D5, Bauer schlägt D5 und Läufer nach B7. Macht jetzt hier Druck auf den Bauer auf D5 und es ist gar nicht so einfach hier, den Bauer mit Weiß zu verteidigen, auch Springer C6 funktioniert in der konkreten Stellung nicht so gut, weil ich den einfach rausnehmen kann, weil mein Springer eben noch auf B8 ist und hier ich weiterhin flexibel bin, den noch nicht nach C7 gestellt habe. Und deswegen hat mein Gegner hier mit Läufer C4 gespielt und das war tatsächlich hier schon ein Fehler, denn es ergibt natürlich keinen Sinn hier, den Weiß verteidigen Läufer zweimal zu ziehen, erst noch E2, jetzt noch C4. Was wir später auch sehen, da mit C7 kann den Läufer immer mal angreifen, dann kommt da mit C7 sogar mit Tempo und das ist natürlich ein Zug, der mir hilft. In der Partie sehen wir jetzt, dass ich hier mit A5 erstmal meinen Bau auf B4 decke. Davor wäre es hier nicht so gut gewesen, falls Weiß den Bauer nimmt, gewinne ich den Bau auf D5. Das sollte man hier vielleicht noch anmerken, denn jetzt hat Schwarz einfach ein sehr starkes Zentrum und das ist hier überlegen gegen die weißen Randbauern hier. Deswegen sehen wir hier Läufer C4, H5 und Läufer nach H6. Und hiernach spiele ich weiter mit Dame C7, was ich super logisch fand, um hier einfach den Läufer anzugreifen, meine Dame nach C7 zu stellen und ich bin eigentlich immer noch recht zufrieden mit dem Zug, aber der Computer sagt tatsächlich, dass das hier ein Fehler ist und ich hätte besser hier weiterspielen sollen mit Läufer nach F6. Ein sehr merkwürdiger Zug, wie ich finde, weil es hier einfach die Qualität opfert, das ist halt so ein Computerzug. Und das Ding ist, dass nach Läufer steigt F8, Dame steigt F8, wo sehr wichtig ist, dass Schwarz hier die ganzen schwarzen Felder um seinen König kontrolliert und dadurch sollte er hier seinen König relativ sicher haben. Ich bin hier mit dem Bauern schon relativ weit vorne, kann hier angreifen und darum dreht sich es auch in der Stellung. Beide Seiten wollen hier einen Flügelangriff spielen und jetzt ist mein König sicher, weil ich hier alle schwarzen Felder verteidige und deswegen kann ich jetzt da angreifen und deswegen funktioniert die Variante auch. Aber ich glaube, für einen Menschen das einzuschätzen, ist relativ schwer hier. Ich habe, wie gesagt, Dame C7 gespielt, was ich auch noch ganz gut fand. Dem Computer gefällt es hier nicht, der sagt hier schon, großer Vorteil weiß. Läuferstück G7, Königstück G7 und B3. Immer noch die besten Züge hier von beiden Seiten. Jetzt habe ich hier weiter gespielt mit A4. Und auf diesen Zug bin ich sehr stolz, denn ich habe nicht genau gesehen, wie ich hier weiter spielen soll, weil die Stellung erstmal zu war und mit A4 opfere ich jetzt einen Bauer, um weiter die Linien aufzubekommen und hier gegen den Weißen König zu spielen. Und der Computer stimmt mir hier auch zu und sagt, ja, A4 war der beste Zug hier. Und mein Gegner begehrt jetzt tatsächlich einen Fehler, denn er nimmt den Bauer auf B4 raus, nimmt dieses Opfer auch an. Okay, ich spiele mit A-B3, A-B3. Und jetzt habe ich natürlich erstmal hier ein paar offene Linien und das ist ganz angenehm hier für Schwarz. Und mein Gegner hat hier natürlich immer noch sehr viel Zeit verbraucht. Er hat hier deutlich weniger Zeit als ich, einfach weil er in der Eröffnung schon sich dachte, diesen Aufbau mit Läufer G7 kannte er nicht und jetzt hier mit dem Bauernopfer. Weiß musste hier sehr viel durchrechnen. Und das kam mir natürlich auch zugute hier. Ich habe jetzt mit Springer G7 gespielt, ist der beste Zug hier, H4. Er will jetzt endlich mal Gegenspiel bekommen. Und ich kann das auch absolut nachvollziehen so. Ich werde auch ungern hier einfach nur da sitzen und warten, bis Schwarz hier weiter sein Spiel aufbaut und hier den weißen König einfach kaputt spielt, obwohl ich hier einen Bauer weniger habe. In der Partie spiele ich jetzt weiter mit Springer E5, guter Zug und Springer B5. Und auch Springer B5 ist hier der weiße Vorteil komplett weg. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass der Springer hier im Zentrum ein bisschen stärker steht. Denn hier kann er vielleicht noch nach F5, kontrolliert hier viel mehr Felder, hat viel mehr Optionen. Und wenn er jetzt rüber zum Damenflügel geht, auf B5 steht er nicht so stark. Okay, er greift erstmal meine Dame an, aber die Dame, die zieht einfach ab und geht hier nach B6. Das steht hier gut. Und kann erstmal nicht weiter angegriffen werden. und jetzt hat hier weiß ein paar Probleme. Denn meine Idee ist jetzt einfach, Turm C8 zu spielen, hier alle Figuren in den Kampf zu bringen und der weiße König, der kann hier sehr schnell sehr schwach werden. Wir sehen jetzt König B2 und hiernach steht Schwarz schon sehr, sehr gut. Und der richtige Zug wäre hier Läufer nach A6 gewesen. Und hiernach gibt es keine gute Verteidigung mehr für weiß, denn die schwarze Übermacht an Figuren hier an dem Damenflügel ist einfach zu stark. Eine Beispielvariante vom Computer wäre hier mit H5 zu spielen für weiß. Jetzt können wir hier Turm A B8, Dame C3, Läufer schlägt B5, F4. Mein Springer ist natürlich auch gefesselt, deswegen gewinnt weiß jetzt die Figur zurück. Läufer schlägt C4, Bauch schlägt E5, Läufer schlägt B3, Bauch schlägt D6, König G8, Bauch schlägt B3, Turm C8, Dame D3, Bauch schlägt D6. Nachdem sich hier der ganze Nebel gelichtet hat, sehen wir natürlich, dass das Material erstmal ausgeglichen ist, aber es ist sehr auffällig, dass die schwarzen Figuren hier viel besser koordiniert sind. Wir sehen die beiden Türme hier drüben mit der Dame und alle ziehen sie hier gegen den weißen König und das ist angenehm hier zu spielen für schwarz und schwarz sollte hier guten Vorteil haben, auch Dame F2 ist mal eine Idee und das ist echt nicht einfach hier, das mit weiß zu verteidigen. Okay, in der Partie habe ich keinen Läufer A6 gespielt, sondern habe diese Variante auch nicht gesehen natürlich und ist ja auch eine extrem lange Variante gewesen, sondern ich dachte mir einfach, okay, welche Figur spielt noch nicht mit in der Partie? Der Läufer auf B7 ist schon mal gezogen, steht da ganz in Ordnung, greift D5 an, aber der Turm auf F8, den will ich noch ins Spiel bekommen und habe deswegen mit Turm C8 gespielt. Sehr logisch, wie ich finde. Jetzt folgt hier Läufer E2 und hier nach begehr ich einen Fehler. Es gibt hier zwei Züge, die immer noch ganz gut funktionieren. Einmal Läufer A6, was wir vorhin schon gesehen haben, einfach um hier weiter Druck auf die weiße Stellung zu machen und ein schöner Zug und zwar Turm Stieg C2. Hier das Qualitätsopfer, ich hatte das sogar kurz überlegt in der Partie und das Ding ist, das weiß jetzt nach König Stieg C2, Turm A2 Schach, König B1 und Turm Stieg E2 hier sehr genau weiterspielen muss. Der einzige Zug, der für weiß hier noch den Ausgleich hält, ist F4 und das liegt daran, dass wenn ich jetzt den Springer ziehen sollte, weiß eben die Damen tauschen kann und danach habe ich hier zwar eine Qualität erst mal weniger, aber meine Figuren sind immer noch so aktiv, ich gewinne hier noch den Bauer, habe jetzt schon einen Bauer für die Qualität und die weißen Bauern sind so schwach, dass hier schwarz auf jeden Fall genug Kompensation hat und ich würde das fast lieber mit schwarz spielen hier an der Stelle. Das ist eben der Grund, weshalb Turmschläge C2 hier ganz gut funktioniert. In der Partie wollte ich hier nicht gleich Material geben und dachte mir eigentlich, okay, ich kann aber auch langsam weiterspielen, meine Stellung hier verbessern, Turm A5 und habe hier komplett die weiße Gegenvariante übersehen und zwar spielt hier weiß weiter mit F4, was wir vorhin schon gesehen haben, der Springer muss ziehen, ich spiele mit Springer D7 hier und nach Dame D4 Schach werden hier die Damen getauscht. Und das kommt mir natürlich überhaupt nicht zugute, denn ich habe hier an Bauern geopfert. Jetzt habe ich einfach einen Bauer weniger erst mal in dem Endspiel. Das Ding ist, die schwarzen Figuren sind immer noch aktiv und ich habe hier vielleicht noch Chancen, was rauszuholen. Ich habe jetzt erst mal Läufer A6 gezogen, greife hier die weiße Struktur weiter an und das Ding ist, ich dachte hier C4 funktioniert nicht so gut, weil ich einfach den Springer nehme, jetzt sind die Bauern schon verdoppelt, ich kann vielleicht mal Springer C5 spielen, Turm B8 und so weiter, aber der Computer sagt, das ist alles nichts, Springer C5 geht sowieso nicht wegen B4, okay B4 funktioniert gar nicht wegen Springer A4 Schach, okay, aber der Computer sagt trotzdem, dass das hier Schwachsinn ist und weiß einfach besser steht mit dem Mehrbau. Naja, mein Gegner hat das aber auch so ein bisschen anders eingeschätzt, dem hat das auch nicht so gefallen und er spielt hier weiter mit Springer C3 und das ist ein Fehler. Ich spiele jetzt mit Turm schlägt C3 mit der Idee hier, dass der Verteidiger von dem Läufer auf E2 hier weggenommen wird und ich habe hier eigentlich auch mit Läufer schlägt A6 gerechnet. Das ist auch die ambitionierteste Variante für weiß, wenn er hier mit Vorteil weiter spielen will und hier steht weiß auch ganz gut. Doch auch hier kann Schwarz mit Turm G3 spielen, jetzt ist der Bau auf G2 angegriffen und der Läufer, deswegen geht nur Läufer F1 und Schwarz hat hier aktivere Figuren. Obwohl ich jetzt erstmal einen Bauer weniger habe, hat weiß hier nur leichten Vorteil und das zeigt schon, dass Schwarz hier einfach gute Kompensationen für den Bauer hat. Sehr unausgewogene Stellung, aber sehr interessant zu spielen auf jeden Fall. In der Partie sehen wir stattdessen Königstück C3 und das hat mich super gefreut, denn jetzt kriege ich hier einfach zwei Leichtfiguren für den Turm erstmal. Okay, weiß gewinnt jetzt auch noch den Bau auf E7, aber jetzt kommt Springer F6 und der Bauer auf D5 ist schwach. Den kann weiß auch nicht mehr ordentlich halten, deswegen sehen wir jetzt Turm E1 und Springer schlägt D5. Hiernach habe ich einfach zwei Leichtfiguren für Turm und Bauer, natürlich mein Bauer auf D6 ist auch noch schwach und hier begehe ich jetzt, wie ich finde, aus praktischer Sicht einen Fehler. Im Nachhinein hätte ich hier lieber mit Läufer E6 weitergespielt, weil das schon mal den Springer deckt und nach B4 kann ich jetzt einfach Turm A7 ziehen und hier steht Schwarz sehr gut. Das ist einfach angenehm für Schwarz. Stattdessen habe ich in der Partie mit Läufer F5 gezogen, gespielt und das hatte so die Idee, vielleicht später mal Springer B4 zu spielen, hier Druck auf C2 zu machen, so all diese Dinge, aber jetzt kommt einfach B4, Turm B4, um den Springer gedeckt zu halten und jetzt sehr stark C4. Greift jetzt beide Figuren an und ich muss ehrlich zugeben, ich habe die Variante nicht bis zum Ende gerechnet, denn jetzt folgt Turmschlägt B4. Schwarz gewinnt erstmal einen Bauer, es sieht erstmal komplett komisch aus, weil es hier einfach den Bauer gibt, aber jetzt kommt König A3, auf einmal ist der Turm angegriffen und der Springer hängt und beides kann ich nicht verteidigen. Sehr unangenehm hier für Schwarz und es gibt hier nur zwei Züge, mit denen Schwarz mehr oder weniger hier noch das Gleichgewicht hält und ich habe zum Glück auch einen gefunden. Ich spiele hier weiter mit Läufer C2. Läufer C2 hat jetzt hier die Idee, dass mein Turm eventuell mir mal Schachs geben kann und das Ding ist, Weiß kann nicht gut den Springer auf D5 nehmen, zumindest nicht mit dem Bauer, da gewinne ich einfach sofort eine Figur, habe eine ganze Figur mehr und mein Gegner hat weitergespielt mit Turmschlägt D5, jetzt gewinne ich den Bauer auf C4. Natürlich hat Weiß jetzt erstmal eine ganze Figur gewonnen, aber ich habe natürlich immer noch den Läufer für den Turm und im Moment auch noch ein Bauer und der Bauer auf F hier hängt. Es ist nicht einfach, das hier zu gewinnen mit Weiß. Und jetzt sehen wir hier in den nächsten paar Zügen, spielen wir einfach beide hier noch weiter und die Stellung sollte sehr, sehr ausgewogen sein, hier eigentlich sich komplett im Gleichgewicht befinden. Einfach ein Bauer und ein Läufer für den Turm, das gleicht sich hier einfach komplett aus in dieser Stellung. Meine Stellung ist auch sehr solide und nach diesem Zug hier, nach D5 habe ich Remi geboten, denn jetzt ist meine Stellung einfach komplett fest. Hier hat Weiß überhaupt keine Gewinnchancen mehr, alles ist gedeckt und alles sicher hier. Das Problem ist, dass unsere Mannschaft schon 3 zu 1 geführt hat und Remi reicht uns ja zum Sieg, deswegen hat mein Gegner hier das Remi nicht annehmen können. Und er hat so auf die Mannschaftspunkte geschaut und meinte so, sorry, kann ich nicht machen, ich muss noch weiter spielen, aber diese Stellung noch zu gewinnen ist nahezu unmöglich. Und was wir jetzt sehen, ist, dass mein Gegner die Stellung etwas überzieht und zwar spielt er hier mit Turm B3 und das war der Moment, wo ich mir überlegt habe, hm, Turm B3, was passiert eigentlich, wenn ich die Türme tausche? Jetzt habe ich die Türme getauscht und mein König läuft auf einmal rein, König F5. Jetzt trot schon König E4 und ich will hier den Bauer mitnehmen und das ist auf einmal sehr, sehr gefährlich hier für Weiß, sehr schwer zu halten, auch aus menschlicher Sicht. Und genau in dieser Stellung ist es passiert, dass mein Gegner hier unter zwei Minuten gekommen ist und wir haben ja keine Bonuszeit mehr gekriegt in dem Turnier, aber es gab so eine komische Regel, dass wenn man unter zwei Minuten ist, konnte man reklamieren, dass falls die Stellung ungefähr, also falls die Stellung Remi ist und dann kriegt man Bonuszeit pro Zug, weil die Turnierleiter verhindern wollten, dass man nur auf Zeit verliert und dadurch hat mein Gegner hier eben diese Regel beantragt und das wurde auch akzeptiert. Und ich fand das okay an der Stelle, aber schon ein bisschen fragwürdig, denn Schwarz hat hier ja einen konkreten Plan, noch auf Sieg zu spielen. König E4, dann vielleicht den Läufer hier nach F3 bringen, um dann den Bauer zu gewinnen. Das ist nicht so einfach, das hier mit Weiß zu verteidigen. Aber was wir jetzt in der Partie sehen, ist, dass er hier mit König D3 weiterspielt, König E4, Turm D3, Läufer F5 und hier beginnt er trotzdem einen Fehler, obwohl er jetzt diese Incrementzeit bekommen hat. Natürlich war es jetzt auch schon ein sehr langer Kampf und ja, es ist auch nicht einfach, das hier mit wenig Zeit mit Weiß zu verteidigen und nach Turmsteig D5 ist die Stellung nicht mehr zu halten. Turm E3 wäre hier der richtige Zug gewesen und hiernach ist die Idee, dass selbst wenn ich hier den Läufer nach F3 stelle und hier die Bauern einsammeln will, kommt der weiße König hier auch rein und sammelt meine Bauern ein. Das ist die einzige Verteidigungsidee für Weiß. Alles andere funktioniert nicht. Aber in der Partie sehen wir eben nach Läufer F5, Turmsteig D5, mein Gegner hat auch die ganze Zeit schon ein bisschen resigniert geguckt, weil ich habe ja das Remisangebot nicht angenommen, weil wenn man auf diese Regel reklamiert, wenn man unter 2 Minuten ist, dass man ein Increment haben möchte, ist das auch gleichzeitig immer ein Remisgebot und damit hätte die Mannschaft natürlich schon verloren. Also er hat hier praktisch schon die Niederlage der Mannschaft akzeptiert, weil er einfach Angst hatte, hier die Partie noch zu verlieren und jetzt nach Turmsteig D5 ist die Stellung tatsächlich verloren. Und was wir jetzt sehen ist, dass ich einfach die Bauern einsammle und mein Bauer langsam durchläuft, weil es kann sich hier überhaupt nicht mehr verteidigen. Der Rest der Partie ist nicht besonders spannend und auch König E2 hat mein Gegner hier aufgegeben. Das war eine super spannende Partie. Es hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich hier am Ende noch ein bisschen die Partie gewinnen konnte. Ein bisschen gemogelt hier, ein bisschen beschissen, um hier am Ende tatsächlich noch den Bauer durchzubringen. Und ich hoffe, dir hat die Partie gefallen. Schau auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Bei den ersten beiden Runden kann ich die hier mal einblenden. Und dann sehen wir uns vielleicht schon im nächsten Video. Bis dann, dein Janik. Ciao. Ciao.